Es ist Mittag. Manchmal ist es gut, Dinge so auszudrücken, wie sie gerade sind. Es gibt ja das Prinzip der Achtsamkeit und Achtsamkeit kann sagen, man drückt aus, was jetzt ist. In diesem Sinne kann man sagen, es ist Mittag. Man kann sich auch bewusst machen, es ist Morgen, es ist Abends. Man kann sagen, es ist heller, es ist dunkler. Manchmal kann dieses Bewusste ausdrücken von dem, was ist, einem helfen, in die Gegenwart zu kommen. Wenn du sehr am Grübeln bist, kannst du sagen, es ist Mittag. Und du kannst aus dem Fenster schauen und du kannst sagen, es ist blauer Himmel. Du kannst dir die Bäume anschauen und du kannst sagen, da sind grüne Bäume. Indem du in Worte fasst, was du siehst, hilft dir das, mehr in die Gegenwart zu kommen. Und du kannst dir das, mehr in die Gegenwart zu kommen. Und du kannst dir das, mehr in die Gegenwart zu kommen.